okay hast du schon offen das will ich machen ich kann versuchen wir schlafen aber in den falschen betten und man kann jetzt schlafen ohne dach okay ich habe nämlich zwei eisen warte wir tun mit mit holz brennt ich habe auch kohlen sind ob ich tun wollte unbedingt machen machen und mach uns kohlen müssen wir haben facken nutzen er hat sich jetzt machen ich mache jetzt erstmal steinschwert und noch zwei spitz hatten ich habe noch 1 1 ich habe 64 gestecken dort was trotzdem kurz auf creeper boom machen aber nicht das blöde daran ist dann weiß man nicht wann der boom macht gell man sieht da nur knack und ja was sollte jetzt machen denn die händler so nach lachen ach genau Spaß ich will das wieder so machen wie wir vorhin gemacht haben nein dafür haben wir zu wenig mit dem boden ich habe genug mama aus holz diesmal aus holz sicher ich habe es jetzt gerade gemacht aber egal ja du kriegst noch mal ein holz ist sogar boom auch damit zu verstehen denk doch mal nach in einem ding gewesen sie verschwinden einfach hier solche treppen was soll ich machen auch schon ding geschmolzen ich habe sechs und drei strecken hinter dir ich tue mal alles machen aus seinem rand dann so dann so dann so dann so dann so oh man ich bin gerade auch hier arbeiten nicht nur du da wo ich arbeite das hast du einen fehler gemacht wird immer was so viel hier pro mitte doch ich habe zum glück meine axt pro mitte muss da ah nein kann das so sieht nein doch war ja richtig doch so die betten in der luft sehr behindert da kriegst du einen Schrott bitte mach mal recht wer schubsen nicht und und er nimmt das nicht so und So, vielleicht geht das so. Weißt du, wie man zwei, äh, zwei, äh, zwei, äh. Bilder. Kannst du machen, oder? Was? Kannst du machen, zwei Bilder, oder geht das nicht? Nein, ich hab keine Wolle. Ah, scheiße.